Oh, rechts kommt ein Zombie. Im roten Haus. Gibt's das jetzt? Ne, ich komm nicht drauf. Alles gefallen. Bitte bewegen Sie sich nicht. Wie mies, Alter. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Das siehst du doch unten links, ob es geklappt hat. Gelbe Schrift hat es durchgeklappt. Hey, ohne Heimstein ist das alles ein bisschen doof. Oh, da kommt schon wieder ein Zombie von da. Ja, also zweimal müsste ich ihn gegeben haben. Da wird noch gut mal aus. Warte mal, ich kann ja glaube ich den Sack über den Kopf ziehen, oder? Ja, ich guck, das geht nur wenn er Handschein anhat. Probieren wir mal. Genau. Wie gemein. Zombie, Zombie hinter euch. Geht's für den Sack? Ne, ich kann doch den Puls checken. Ne. Der hat sogar ne M4, Alter. Ja. Aber keine Munition dafür. Du fressen. Der ist runtergezogen, schön. Einfach mal in die Hand geschossen. Kaut ab. Ja, wie gesagt, in den Handschirm kann man da relativ wenig machen. Kann ich halt versuchen, die Beine zu brechen, aber... Da sehen wir den Blick nicht. Gut behült ist er. Brechen mir jetzt die Beine einer. Ja, früher. Du könntest mal von hinten mit der Axt probieren. Ja, will ich ja machen. Ich glaube, du triffst wieder den Kopf. Warte, ja, warte, ich bin ja hinter ihm. Das schmeckt besser nicht so. Kaut ab. Ja, und ich... Sie gehen einfach mit der Pistole in die Knie-Scheibe. Alter. Das ist da umgekippt, Alter. Was ist denn da los? Ich hab wirklich nur ins Schienbein geschossen. Oh, du Mörder. Der hat noch einen starken Puls. Der hat noch einen starken Puls. Sagt da was, oder? Da wollte ich was sagen. Warte, das ist der ein starken Puls. Prozent da Prozent Prozent Vorsicht, Alter! Was ist denn jetzt hier los? Oh, warum hackt der denn hier? Der geht hier voll ab und in eine Achse ab. Boah! Du hast versucht er uns mitzuteilen. Ja. Klingt irgendwie sehr komisch. Was, hat die immer noch ein Sardin weg? Ja. Zombie. Alter, voll durchmarschiert. Alter! Alter, noch Zombie! Oha! Ich bin in Bandage gegeben. Oh, ganz lange und mächtig. Oh, das ist dieser Blutbild, heißt er. Ja. Er hat noch Puls. Ich hab ihn zu Salin weggegeben. Ich will ihm mal was zu essen. Okay. Ich geb ihm was. Ja. Da ist er doch wieder. Aber wie gesagt, nicht die Beine gebrochen, Alter. Voll ins Schienbein geschossen. Ich muss auf'n kleinen Zeh schießen. Durch Kopfbruch. Boah, er hat sich die Beine gebrochen. Ja. Ist das mies. Das ist richtig mies. Das ist richtig mies, Alter. Alter. Darf ich dich hacken? Nee, geht nicht. Geht nicht. Er muss sich in sich hinhalten. Ich weiß aber, wo hier Stöcke liegen. Ich dachte irgendwo in der Garage beim... bei der Polizei Station. Das ist böse, Alter. Komm wir... Komm wir machen... Na na na. Na na na. Weiß nein, dass er nicht mehr wegkommt. Irgendwo gegen die Wand schieben. Dann kommt er nicht mehr weg. Warte mal. Hast du noch so ne Bantage? Ich ja. Also ich mein hier mit... mit Stöcke? Äh ne. Schieb ihn in die Ecke. Schieb ihn in die Ecke. Guck mal, ich will ihn jetzt mal. Er hat sicherlich Hunger. Na genau, komm. Nur mal ein bisschen vorrottetes Zeug. Meist er jetzt weg, Alter? Hm. Na ja, jetzt vor. Ich glaub ich auch. Wie das man mir grad aussah. Wie so ein Engel auseinandergebreitet. Ich glaub ich auch. Ich glaub ich auch. Wie das man mir grad aussah. Wie so ein Engel auseinandergebreitet. Ich glaub ich auch. Ja, jetzt hat er irgendwas Blödes vor. Ja, der will... Ja, der will... Ja, der hat irgendwas Blödes vor. Pass auf. Ah, der krabbelt weg. Der denkt, dann muss uns alles geben. Ne, ne, der... Der will jetzt hier wahrscheinlich, dass wir den abknallen. Das ist doch gute Werbung, oder? Ihnen erst die Beine brechen. Ja. Und dann Clan-Werbung machen. Hallo, aus. Oder? Ja. Da sind wir das Leben gebunden. Dann sind wir das Leben gebunden. Aufs Loch töten ihn. Pass auf. Pass auf. Der haben für den Auftrag. Alter, der will ja jetzt, dass er stirbt und dass er den Zeug dann gelegt hat. Der denkt, wir lassen es uns dann einfach liegen. Und sich dann ist es gleich wiederumfallen. Da setzt der auf, ey. Ich krieg etwas nach. Ich gehe da nicht hin. Alter! Alter, die Sau! Zecker, pass auf! Oh, darf ich nur umbringen? Geh da hin, da weg! Müsste sterben. Oh, das kommt voll durch, Alter! Benner, Alter! Darf er so mir in den Ball schrecken? Nur um sicher zu gehen. Nehmen wir jetzt was passiert. Nehmen wir den.